So Leute, ich spiele FNAF 2, weil ich wollte das ja so gerne spielen, weil ich habe es lange nicht mal gespielt, ich habe das ja mal durchgemacht mit dem Glitch, New Game, ich hoffe ihr seht das gut, weil, weil ich mal Ton an, aber ihr müsst mit Ton spielen, ne, laut, so, ach komm ich mach einfach noch, Flashlight, oh, god. Bei mir hat es so... Okay, es sind, Cam 9 noch alle da, guck mal hier, hier ist das Balloonball. Hä, AdWords meint, bei 3 kann man die Türen nicht öffnen, das sind nur, äh, hier diese Lüftungsschächtü, das ist bei 2, du voll. Oh, warte, Alter. Okay, da ist noch Balloon, ich klicke mal daneben, Alter. Okay, niemand ist weg. Okay, dafür kann man, weil Papa sowieso nicht kommt. Ich hab keinen Schiss davor, nur halt... Hä, die tun nix, ey, ich kann die ganze Zeit noch in Lottwisch. Ja, ich will. Okay. Und der Typ lauert die ganze Zeit nur Scheiße. Okay, Balloonball ist da. Loll. Ach, das ist die Kamera nicht da, Mist. Mist, Alter, ich kann die Cam nicht einstellen. Aber ich hoffe, ihr seht das. Moment mal. So. Und ich kann euch ja mal sagen, weil, AdWords hat gesagt, woher kommt Cupcake? Also gefragt. Und Cupcake, also... Ah, guck mal, doch, ich muss doch spielen hier. Ja, geil. Also, ähm, ja, er hat gefragt... Scheiße, der ist weg, Alter, wo ist der? Wo ist der? Wo ist Toy? Bunny? Wo ist der? Der ist weg, ey. Scheiße. Ah, ey, guck mal, hier ist Chica. Toy Chica. Okay. Okay, wir haben in 7 einen. Okay, bei 7. Okay. Okay. Hey, wo... wo ist Toy Bonnie, Alter? Oh, Chica ist weg. Digga, wo ist Chica? Hä, wo sind die, Alter? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Toy Bonnie ist da. Scheiße drauf. Okay, er ist weg. Ich weiß nicht, ob genau bei Demo Puppet kommt. Und... Ach du Scheiße, der Freddy ist auch unterwegs. Okay. Fisch. Oh mein... Bei 8 ist die Cam aus. Ah, ich muss wieder Musik spielen. Da, 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 da. Oh mein Gott. Ah, ich bin tot, ey. Digga, what I do? Oh, Freddy, geh doch weg, Alter. Oh mein Gott. Alter, okay, ist weg. Oh mein Gott, egal, da, 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 da... Alter. Okay, ist weg. die gewissen die anderen aber jetzt wieder am anfang aber ich weiß nicht wo chica ist oder tollbonny aber der war bei 7 schweiz ist wieder unterwägs trotzdem jay gewonnen geschafft Das war eigentlich richtig easy. Pay for playing. The demo show Ja, okay. Okay, ich bin fertig. Jetzt ist jemand anderes ran. David oder so. Keine Ahnung. Ich hab's riskiert. Das war eigentlich richtig easy. Wenn es nicht gefallen hat, dann... Keine Ahnung. Egal. Tschüss. Und jemand anderes spielt. Aber ihr müsst mit Ton spielen. Okay, weil sonst ist das scheiße. Piep.